Das Wetter erinnert derzeit an einem gemischtwaren Laden. Immerhin gibt es auch ein paar Sonnentupfer dazwischen, aber es ist einfach sehr, sehr wechselhaft. Fangen wir mal mit dem Positiven an, nämlich mit den Sonnentupfern. Da sehen wir, dass hier so östlich der Elbe generell relativ viel die Sonne scheint. Zwischen sechs und örtlich acht Sonnenstunden sind drin. Ansonsten in Deutschland teilweise gar keine Sonne wie im äußersten Südwesten, aber doch verbreitet etwa ein bis vier oder hier in Thüringen auch bis zu fünf Sonnenstunden am Samstag. Ja, und jetzt zu dem gemischtwaren Laden bzw. zur Regensummenvorschau bis einschließlich Samstag. Da sieht man eben, dass es eigentlich überall in Deutschland regnet. Hier so ein bisschen was im Lee des Harzes und auch teilweise hier in Rheinland-Pfalz und örtlichen Hessen, wo nur sehr wenig runterkommt. Generell ist es kein Dauerregen, sondern es sind eben einzelne Schauer und Gewitter. Und die breiten sich am Vormittag im äußersten Südwesten schon aus. Ansonsten haben wir es doch hier auch schon mit Wolken zu tun und vereinzelten Schauern. Generell in der Nordhälfte sieht es noch relativ freundlich aus mit längerem Sonnenschein. Das Ganze breitet sich aber, wenn wir das hier in der Vorschau sehen, relativ flott nordostwärts aus. Dazwischen gibt es immer wieder mal Wolkenlücken, aber eben auch kräftige Regenschauer. Und es kann auch blitzen und donern dabei. Und im Südwesten, da regnet es sich richtig ein im Laufe des Tages, schon ab dem Mittag etwa. Und ansonsten haben wir auch hier oben im äußersten Norden immer wieder etwas Sonne dazwischen. Die Temperaturen im Schnitt etwa 10 Grad im Dauerregen. Ansonsten verbreitet zwischen 14 und örtlich 19 Grad, wie hier im östlichen Brandenburg. Ja, dann kommt der Sonntag, der ändert sich praktisch nicht. Es geht einfach wechselhaft weiter. Sonnenschein, dicke Quellwolken, Schauer, einzelne Gewitter. Alles ist dabei bei ähnlichen Temperaturen. Also wir kommen kaum über die 18 Grad hinaus. Ja, und auch der Wind legt ordentlich zu und zwar vor allem in der Südhälfte Deutschlands in Schauernähe.